So, herzlich willkommen Leute, zurück zu Resident Evil 6 im Koop, wir spielen immer noch die Chris Kampagne und nachdem wir uns gerade besonders leicht getan haben, gegen diesen Fetten zu gewinnen, werden wir jetzt mal schauen, was uns hier erwartet. Unsere Team Kampagne haben auf uns gewartet, sehr schön. Eine Villa wäre mal ein schönes Szenario für Resident Evil, hätte das nur mal an Teil gehabt. Piste. Sie holen. Das war es aber auch schon. Oh, egal, was weiß ich, das war schon. Nein, ich will nicht, dass die Kamera nach da oben guckt, ich will mir Munition holen. Hier nochmal in die Ecken gucken, hier hinten ist noch ein Weg, gucken ob hier was ist. Hier ist eine Medaille. Okay. So, der Agent Hunt Modus ist immer noch aktiv, das heißt jeder Zombie könnte hier von einem Spieler gesteuert werden. Erinnert dich der Tunnel an irgendwas? Ja, das erinnert mich wirklich an was. Also der kam mir direkt bekannt, wo er sich die eine Treppe runter gegangen wäre und auf der anderen hätte wieder hoch gehen können. Viele Leute hat es hier erwischt, sind hier sozusagen in so einem Kokon. Hier unten kann man nur runter hüpfen. Dann mal rein in die gute Stube. Das ihr gemeint habt, das ist das... Das ist das... Was erwartet uns hier... Da hinten ist er was. Ja, weißt du was war das? Es war Aida. Und das ist ein Zombie. Oder ein Jawohl. Ja, ein toter. So, jetzt man einen schönen Kick verpasst. Was haben wir denn hier in dem Raum? Aida Wung war da gar, ja. Mission, Munition, alles nehmen. Immer her damit. Wäre schön, wenn ich Munition finden würde. Ich finde hier nur XP. Ja, ich habe jede Menge Munition bekommen. Das heißt jede Menge, aber auf jeden Fall wieder was zum Überleben. Ich würde mal sagen, runter hier. Überraschung. Schlimm war's. Ich glaube, der ist gut gepanzert. Oh Gott. Bäm. Jetzt nicht mehr. Bäm und nochmal. Komm her. Bäm. Das war's. Geht er zugrunde. Oh, Frischkeit. Das nochmal. Oh, der schlüpft, der nächste. Ganz prickelnd, weil schon gleich wieder keine Munition. Ah, hinten drauf geschießen ist nicht intelligent, da ist ja gut gepanzert. Das sind zwei. Ich schleide ihn weg. Oh. Warte mal. Warte mal. Wir haben noch ein paar schöne Granaten hier. Warte, 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 warte. Echt? Ich habe nur noch einen Schuss. Warte, warte, warte. Warte. Meine letzte Kugel. Bäm. Hat's ihn gut erwischt? Da kommt jetzt Warte. Hau mal ab da. Ich habe noch eine Granat. Mit. Okay, dann wirf, ich komme weg. Nein, ich komme nicht weg. Ah. Er hat ihn aber nicht gut erwischt, oder? So, jetzt habe ich auch nichts mehr. Ich habe nur noch eine... Ich habe zehn auf dem Tisch in der Ecke, da wo wir gerade waren, ist noch... Oh, oh. Ich habe eine Blendgranate, ach. Alles drauf, hier. Hier in diesen, in diese Kisten, die auf dem Tisch stehen, da ist Muni drin. Sie sind geblendet. Was? Die war nicht so schlecht. Hast du noch eine? Äh, ich habe noch eine. Warte, warte. Du musst beide treffen, dann drauf mit dem Messer. Los. Jetzt. Okay, und los, los, los. Okay, wenn man ihn anschlägt, schlägt er direkt zurück. Oh, oh. Oh, der boxt. Oh, oh. Hast du irgendwas zum Heilen? Ich habe... Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich bin auch kurz vorm Verrecken. Also, ich habe noch einen Balken. Was ist hier? Hier ist nochmal nichts. Mal gucken, ob da noch was hier drin ist. Ja, ein bisschen. Da leuchtet was, ja. Oh! Er hat mir eine Clothesline gegeben. Schnell dran vorbeilaufen. Da war auch Kraut bei mir. Wow! Unter ihm her geduckt. Da habe ich. Ja, einer ist tot. Hier, komm her. Pillen. Gute Pillen. Gibt's some Pills? Yes, baby. Pills here. Pills over there. Pills over there. Der Munition. Alles leer. Alles leer. Hier ist nochmal... Ich habe 10 Revolver, Muni. Damit mache ich ihn jetzt, wenn er sich umdreht. Sani. So jetzt. Der rennt... Aua! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Wow! Der ist tot. Okay. So. Search the rest of the place. But stay on your guard. Hier sind Kisten. Okay. Dann komme ich gleich nochmal zurück. Da war auch ne Kisser. Ich habe schon ne Granate bekommen. Das war auch ganz gut. So. So. Wo geht's denn weiter? Hier muss er. Kack. Nichts. Da ist er wat. Der Wachmann. Oh! Nein! 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 Ja! Kraut! In dem... In dem... In dem Seitenraum hier. Bisschen Schoddy Muni. MG Muni. Und Pistolen Muni. Ja, wenigstens wieder ein bisschen für alles. Ja. 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 Hm. Die Ada Wong. So. Aber bevor es jetzt weitergeht, begrüßen wir euch beim nächsten Part. Ja. 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 Ja.